oh was gibt es denn hier schönes silber hier unten geht es ja weiter stimmt was wo bist du ich habe doch gerade mein jetpack nicht an ja ich bin ja schon dabei den weg zu bauen das ist also das team brauche ich auf jeden fall das ist hs la stil den brauchst du für einen speziellen mod hier ja also ich kann nichts mehr einsam also muss man sich hier die höhle dann noch mal so erkunden hast er jetzt da stil gear iron scrap und stil gut gibt mir mal deine ganzen ärzte dass ich die alle habe dass du platz hast für andere sachen die wir finden warte iron ohr copper ohr tin ohr lied ohr ding ohr das ohr das ohr und das ohr hast du für körper keinen platz mehr ich habe hier noch körper ohr schmeißt du irgendwie koppel oder so weg wieso habe ich jetzt eigentlich eine schiene aufgesammelt also das nehme ich mit und das die anderen zwei weiß ich nicht damit kenne ich mich nicht erst aber das für rotary kraft und mit rotary kraft kenne ich mich zurzeit noch nicht aus also lassen wir das mal noch ein bisschen hier so die ärzte nehme ich immer mit hier ist noch martin was wir brauchen werden gut silber und hin brauchen wir beides ich bekomme ich wieder platz gleich ist meine hacke kaputt weil ich mache schon schnell mein schwert ich bin noch einmal platz ich habe noch einmal platz hier ist ähm uranium mhm geil kann man mal gebrauchen le le delorium ne ich guck nur schon mal vor was was man hier soll sneaken kann hier ist tin hier ist das 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 salpeter ohr kenne ich nicht an die zuschauer die das wissen bitte in die kommentare nein so kaputt ja ich habe jetzt unseren weg freigesprengt unbeabsichtigt so kaputt ja Es ist mal also das ne schon mal ich wollte nicht es ist der sich die es war alle aber ich es gibt redstone fluch wieso habe ich eigentlich immer eine schiene im inventar das frage ich mich die ganze zeit hallo hier bin ich fackspinne weißt du egal was 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 ne hast du erledigt also hier oben ist copper wenn wir noch welches brauchen oh kann ich den noch wegschmeißen weil schwert ist eh kaputt blue fluid da will ich nicht runter sooo also nicht das sulfur äh kenn ich nicht das habe ich schon mal was eingesammelt ah also hier waren wir auf jeden fall sind wir auf jeden fall schon wieder dann am anfang nur irgendwo am rand des tages also müssen wir den anderen weg nehmen scheiß die wand an oder wir gehen hier unten wenn wir wieder runter gehen ne da sind wir auch wieder am anfang ne da ging es ja weiter koppel brauche ich nicht fäden brauche ich nicht so ich bin hier wieder runter gedacht ne nur falls du mich suchst ich werde dafür gehen wir wieder raus weil ich bin dezent voll ne doch nicht ich bin noch ein bisschen einsam ne ich guck nur schon mal was wir dann nächstes mal so abgriefen könnten bist du wichs steine die ganzen neuen erde werden alle reine kiste tun ja selbst die neuen na gut sooo oh was gibts denn hier ich hab ne kiste gefunden weißt du wo ich bin kommen wir zu mir äh ich seh dich grad nicht auf der map ah ich seh aber den namen gut da drüben geht es auch weiter da hinten ist sie bist du ja irgendwo in so einen gang rein ne warte mal da hinten muss ich lang genau warte ich sag mir das nicht mehr ein komm drei hoots ach hier ja was in der kiste ähm die philip tin can ähm raw sauce ähm scrap dafür brauchst du spezielle maschinen für manches ähm das tnt card ist von railcraft das braucht kein schwein aber ich würd sagen den tindings nehmen wir mal mit und die dings bottle hier brauchen wir noch nicht wir wollen ja kein highspeed skiennetz zurzeit aufbauen weil es noch nicht möglich ist ne oh da drüben ist ja noch ein gang war nicht aufgefallen ok da oben ist der ausgang wtf gehst das hier hoch aber wir könnten ja hoch fliegen soll ich vielleicht hier lieber einen punkt setzen dass ich den anderen wieder lösche weil hier ist ja jetzt mehr schon was wir finden können ja waypoints ähm höhle 1 stellt new waypoint h äh 1 dann 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 back to game ich hab doch mein jetpack irgendwo genau da ist es ähm nö da ist nix das ist du das ist nicht verarschen du scheiß fucking skelett ich glaub das kam die gerade entgegen hm 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 und da kommen wir wirst du ich bin in diesen großen ding noch drin also in diesen großen einging behinderter trecks zum direktor die ep verfolge ich nehme so da hinten geht's lang da geht's lang welches nehme ich nun gibt es ja auch lang jetzt wieder zurück und du hast nicht ganz rein hier ist ne fackeln hier sind ich suche nur hier mal ein bisschen rum bisschen rum bisschen rum vielleicht finde ich hier was besonderes es regnet ja du kannst dich ja teleportieren ich glaube schon mal los jetzt komme ich da nicht durch oder was okay crazy shit geiler crazy shit ich bin draußen so jetzt nehme ich die waypoints alle teleportieren so wieso ist meine maus hier zu schnell gewesen kurios dieses und vieles mehr was ist so viel drüben ähm haben wir mob droppt in der inventor gunpowder zählt für mich eigentlich unter mob mob gut hin brauche ich gleich das kommt da so wo ist mein generator 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 Robo wie mache ich denn die Dinger hier wo ich den Hammer wieder gut der ist in der in der ein Pferdchen habe ich jetzt nicht drauf geachtet ja so welche Kille kann ich nicht nehmen, weil ich nehme mir einfach mal vielleicht die erste hier unten so auf geht's ach, irgendein Spielbenachrichtigung, das ist wichtig so ein steel block was ist jetzt los steel hier guck mal was ich hier hab ach so ein xp-büscher hier team ähm ja eh battery so jetzt habe ich das ähm jetzt brauche ich rubber jetzt sind wir hier hinten draußen sind Wollte schon sagen, wieso fängt der nicht mal langsam an, rubber zu machen, das dumme Vieh ja anscheinend kann ich hier wahrscheinlich nur auf Steine setzen, die Dinger jetzt brauche ich glaube ich einen Tin und einen davon ne wie war denn das ach so, dazu musste ich an den Crafting Table und doch nur so doch nur so jahre seien 3 iron plates und zwei iron gut drei euren plates haben wir also drei und zwei davon ich brenne das jetzt mal alles und ich nehme das dann raus ok macht das und eine tin plate zerschnippeln dann kommt da wo ist mein robber ein robber cable raus so dann brauche ich noch zwei redstone 1 2 gut so 1 2 ja doch den item casing ich habe immer noch was so keine kohle mehr so habe ich den hammer denn noch dann habe ich wieder erst hier so es kommt mit spanisch vor so 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 das schlimmer nicht wenn ich gleich mal eine halbe stunde weg bin eigentlich nicht da ich dann eh erst mal hier weiß schon so ich habe eine batterie das ding noch und das ding noch und jetzt haben wir gleich einen generator wir haben einen generator hier habe ich schon in der hand junge stelle hin wo stelle ich hin warte mal ist in den ofen was drin denn nö kommt da weg du stehst ja scheiße da räumen wir jetzt ein bisschen kohle rein und dann läuft der liegt jetzt auf und dann kannst du dein jetpack irgendwann rein du und dann können wir auch irgendwann einen meter bauen um mehr items zu bekommen also blöck also waren das ist jetzt echt behindert so behinderte scheiße hier ja koppel und drei flint koppel flint was war es noch und einen electric circuit hast du schon copper fertig hat du schon koppel fertig musst du in der kiste gucken welche denn welche wir die hinter dir die hier unten brauche ich achte mal so ich ich nehme jetzt einen scheißverkackten kohleblogger so wo ist hier er hat jetzt mein rubber genommen ach da wollte schon sagen wer nimmt hier einfach mein rubber jetzt fängt schon wieder die scheiß suche an wo ist das rubber achte so wie verbreite ich dafür sechs stück das könnte knapp werden das könnte knapp werden aber n oder kann man das zu irgendein wie raw rubber mh kriegen wir das hin kriegen wir das hin Nein. Also zwei. Jetzt kommt es drauf an, wie viel Cable ich da... Ich weiß nicht, wie es geht. Das kommt da. Dann kommen... So, machen wir acht Platten. Eins, zwei. Machen wir sechs. So. Dann brauche ich für meinen Electric Socket noch ein Iron Blade. Na toll. Habe ich also viel. Iron Blade. Und... Redstone kommt wieder in eine andere Truhe. Die war ja hier unten, genau. So. Zwei Redstone nebeneinander. Dann passt das jetzt so. So. Ne, fuck. Erst mal den... Joom. So. Electric Circuit. Koppel. Yay. Mäßerei-Tor. Mäßerei-Tor. Habe ich denn irgendwas, um mal ein bisschen mich kurz hochzubauen? Ja. Mein Jetpack ist aufgeladen. Ich verbrauche nicht die schöne Energie, die brauche ich jetzt für was anderes dann. Gut, der kriegt jetzt Strom. So. Verballern wir mal ein bisschen was. Jetzt hat er die ganzen schönen Ohre schon da reingepfeffert. Na toll. Das bringt mir jetzt nix mehr. Kommt das rein. Das kommt in die rein. Zack, zack. Warte mal. Ich wollte ja noch ne MF... Ne, ne... Bad... Badbox. Wo ist mein Pferd? Nein! Habe ich nicht genug für... Der Hammer liegt in der Truhe. Ja, den wollte ich doch da reinschmeißen. So. Holz ist da drin. Ja, der war da drin. Gut. Das zählte ich mal unter Nahrung. Das ist Dings. Wo ist denn ja noch Kohle in den Scheißdingern drin? Irgendwo, ne? Ja, das ist alles leer. Auch gut. So soll ich denn den Ambruch hinsetzen? Weiß was, was weiß ich. Ich setze ihn irgendwo hin, wo er mir nicht im Weg steht. So, also bis zum nächsten Mal müssten wir dann... Irgendwie mal an Robber kommen. Weil sonst sieht's eng mit unserer Maschinerie hier oben aus. Und hättest du noch irgendwo ein Ohr, würde ich dir zeigen, wie das funktioniert. Was ist denn mit der Lied Dunkelumpe? Das ist schon echt da rein. So, den Steelblock mal jetzt klein. So, haben wir Steel. Weg da. So. Wo tue ich mal die Öfen rein? Ähm, die werden wir nur für dieses brauchen. Ich bin mal weg. Ja, ich wollte jetzt eh aufhören. Okay. Ich sag schon mal zu. Also dann... Ciao. Bis zum nächsten Mal. Also, haut rein. Ciao. 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 Ciao.